Machen wir hier ein Deal, Deal or no Deal. Auslagen, schreibt auslagen. Ja, Laura, du kannst ruhig auch was in den Chat schreiben, was du dann machst. Entschuldigung. So, ähm, ja. Hat noch die schwankere Freundin da und jetzt mit dem Mod geflirtet. Da sprechen wir lieber im Privaten. Hohohohohoho. Laura. Eieieiei. Nein, wir kennen, liebe Zuschauer, ihr müsst wissen, ich und Laura, wir kennen uns schon länger. Wir haben uns sogar schon auf der Gamescom Live gesehen und alles in Döner. Oh, ich setze den Bart auf. Überredet. Alles gut, der Gewalt? Jetzt ist er wieder da. So. Jens hat mir bei Facebook eine Privatnachricht geschrieben. Okay, alles klar. Wer ist dann lesen? Aber kann ich leider erst in der Stream-Pause machen, Jens? Mein Freund. Hallo, Fan-Fan. Ach so, ja, komm hier. Ein Arschtritt, schreibt da einer. Ein Arschtritt. Aha, sehr interessant. Guten Abend zusammen aus Klauchau. Hallo, Uwe. Uwe ist auch schon länger bei mir auf dem Kanal. Ein Abonnent. Eine Cockschelle. Eine, eine, eine Cockschelle. Weißt du? Tanga LP 123. Das ist jetzt, das ist, das amused mich ein wenig. Weil eine Cockschelle, ich weiß, was eine Cockschelle ist. Aber du hast falsch geschrieben, ja. Du hast Cockschelle falsch geschrieben. Cock schreibt mal C-O-C-K. Ja, nur mal so Zeilen vor. So, ich habe keine Hintergedanken. Ja, ja. So, so richtig, also der Döner war bis jetzt das beste Angebot. Gib mir deine Adresse, bekommst einen Döner. Ja, ich weiß nicht, ob ich den da noch essen will. Was mache ich denn eigentlich jetzt hier? So, naja, mit dem Döner, ich weiß nicht, ha? Ein Döner schreibt... Wahnsinnig. Zehn Euro, wenn ich dir schreibe, wo ich wohne. Du bietest mir Geld, dass ich dir sage, wo ich wohne. Okay, ich wohne in meinem Haus. Kohle, Herr! Ja, wo ich wohne, was heißt denn das? Ich wohne zu Hause. Ganz einfach. Außerdem, alle wissen, ich wohne in Thüringen. Und Thüringen ist nicht so groß, von daher. Vorher beantwortet. Oh, der Tanka, Tanka LP, sorry, habe kein Deutsch bei Lidl gekauft. Tanka LP jetzt. Leg doch nicht immer so eine Steilvorlagen hin, weil du hast ja in Englisch geschrieben. Da bringt ja auch Deutsch bei Lidl nix. Mensch. Alter, Tanka, nenn dich lieber Tanka LP. Mein kleiner Spaß. So. Lehre, die nun Döner per Post. Wo wohnt dein Haus? Ah, wo mein Haus wohnt. In Thüringen, genau. 1, 2, 3, 4, 5 zu Hause. So. Ja, wo mein Haus wohnt. Warum willst du das denn wissen, Jonas? Das würde mich mal interessieren. Ach so, du, Jonas, du bist ja aus Altenburg, genau. Dann kann ich dir sagen, Randy, wie weit ist er weg von mir? Mit dem Auto 45 Minuten. Ne, wie viele Kilometer, Mann? Ach du, Heimatland. 80? 70? Ja, 80 so circa. Oh ja, von dem FIFA 15 Let's Play. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ihr mir das vielleicht nicht glaubt, ich habe unglaublich krass FIFA gesuchtet früher. Also, ich habe wirklich richtig, richtig viel FIFA gespielt. Und zwar FIFA 2011 war das noch. Das habe ich echt, boah, zu Tode gesuchtet. Und war dann auch richtig gut. Aber ich weiß nicht, wie ich auf FIFA 15 jetzt klarkommen würde. Oder schreibt einer, Klick für eine Nacht kriege ich. Das ist auch nicht schlecht. Hatte ich schon übrigens. Ein Kasten Becks und du setzt das Huhn auf. Von Kasten Becks. Also, so eine Baby-Pisse sauf ich nicht. Entschuldigung. Ja. Ein Kasten Becks. Wenn ihr mich jetzt in Kasten Ur-Köstrit. Ur-Kröstitzer. So. Damit kannst du mich locken. Oder, ähm, Ur-Kröstitzer oder, Moment, wie heißt das, Karlsberg oder Heineken. Das, da, da könnt ihr mich locken. Sag mal bitte meinen Namen, Oliver123. Cool. Könnt ihr mir gerade mal im Chat sagen, wo wir uns hier unser Heineken aufgeladen wird? Was ist das? Ja, das, ich muss das Gras ja nähe, weil ich habe jetzt ja zweimal Gras reingekriegt, weil unsere Anzeige ist auf Null und ich verstehe es nicht. Kommt da bald endlich. Oh, und dann ist der Sektionsstuhl. Ich würde ja sagen, wenn ihr jetzt auch irgendwie live fährt, würde ich sagen, und alle klatschen in die Hände. Setz den Bart auf Libertino. Setz den Bart. Rendi sing mit. Set. Ich muss mit dir mit singen, Alter. Eine Flasche Original-Wodka. Original-Wodka von Madrushka aus Russland. Was hältst du von Wodka, Rendi? Also Wodka-Shop schmeckt gut, den Rest habe ich noch nicht probiert. Wodka trinke ich, wenn ich welchen trinke, würde ich nur absolut Wodka trinken. Aber ich bin absolut kein Wodka-Trinker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung übrigens, was ich gerade mit dem Futter-Mischwagen mache, weil ich lese ja gerade den Chat, das gefällt mir irgendwie viel mehr. Augustinerbräu, das würde ich auch nehmen. Augustinerbräu, das würde ich auch nehmen. Ich denke, ich glaube, das kann... Oh, da kommt ja der Arbeitswürdige vorbei, gebreddert. Rendi, was müssen wir noch machen? Grasmen sind jetzt erstmal fertig hier. Hey, 20. Heineken, die... Ach nee, nicht Heineken. Heiken, die Holland-Blocher. Hey, komm, Heineken ist aber geil, ey. Oder Björn. So. Fall 20 müsste noch gemacht werden, ansonsten muss ich gerade mal das Problem mit dem Heu irgendwie beheben. Ich habe gesagt, vor dem Cuthelfer, wo du geschrieben hast, das habe ich so gemeint, wo du geschrieben hast, Hallo, habe ich geschrieben, Hey, Cuthelfer, du auch hier. Äh, habe ich gesagt, Hey, Cuthelfer, du auch hier. Das war sozusagen die Begrüßung, dass du auch hier bist. Nicht falsch verstehen, bitte. Probierparlament. Ach, Parlament kannst du vergessen, habe ich eigentlich schon getrunken. Odindrunk, das klingt sehr interessant, das Geschirr. Kennst du das, Rendi? Odindrunk, hört schon ein bisschen nordisch an, würde ich mal sagen. Ne, sagt man aber nichts. Eher nichts. Da ist nicht Tee greifend. Grombara, ja. Grombara ist natürlich auch geil, das stimmt. Du bekommst einen Bierkastengutschein per Steam? Einen Bierkastengutschein per Steam, das wäre da auch mal was. So, ich muss jetzt mal kurz hier mein Glas wieder befüllen, sonst habe ich nämlich nichts zu trinken hier. Hallo, Marcel, hallo, hallo. Ich denke, du trinkst Tee. Heißt das Marcel? Heißt das Marcel? Das blaue, die blaue Schrift kann ich saugeschissen lesen. Oh, der Panzerspezialist ist gekommen. Der Panzerspezialist ist gekommen. Einen Kasten, was, Hackelberger aus Bayern? Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich fände es echt geil, wenn ihr mal mal überall, wo ihr herkommt. Ich bin ja, naja, Biertrinker, das ist jetzt so eine Sache. Also, ich bin jetzt nicht der übelste Biertrinker. Ich trinke jetzt in der Woche. Vielleicht mal, keine Ahnung, wie viel Bier trinke ich in der Woche. Hm, wie viel Bier trinke ich in der Woche. Ich bin scheiße, was wir schon überlegen müssen. Naja, ich überlege gerade, vielleicht zwei bis drei Flaschen. Ich glaube so pro Woche, nicht am Tag. Pro Woche zwei bis drei Flaschen. Also, ich bin so der Biergenussdrinker. Das kann man schon so sagen. Wie viel Havanna-Klubflaschen trinkst du in der Woche? Das ist ein blödes Schwein. Naja, das sollst du ja scheinbar wie Wasser. Erzähl doch nicht so Blödsinn. In der Woche vor allem. Ich trinke in der Woche überhaupt keinen Alkohol. Wisst ihr, was ich schon in der Woche trinke? Hier, wie Drecks. Stilles Wasser. Oder Wasser mit Sprudel trinke ich auch ganz gerne. Ich finde Bon Aqua. Nein. Bitburger kann man auch trinken, das stimmt. So. So lange es Gehasentöter ist, kann man eigentlich alles trinken. Hasentöter? Hasentöter. Hasselträder. Ah ja, Hasentöter. Kann man auch mal trinken. Muss man aber vorher drei, vier Starkbier getrunken haben. Wenn ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meine, es ist viel voll lustig. Held 20, verdammt. Ach so, ja, mit was? Mit was? Mit dem Drescher? Mit dem Drescher. Ja, ich komme. Ei, Ei, Sir. Schein reicht auch. So, yes, Sir. So, der große Meister hat gesprochen. Da müssen wir mal. Mensch, wir können ja nicht eine ganze Zeit hier rum. Honigbier. Odin trunk ist Honigbier. Ei, ei, ei. Oh, jei. Hört sich ja schon eh gelauft an. Oh, ja. Odin-Spiel, was sind das? Sogar süß, oder was? Keine Ahnung. Ja, es macht mir zwar gerade super viel Spaß hier, den Chat zu lesen und mich die ganze Zeit mit euch zu unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit Harald wird denn jetzt wieder ETS 2 kommen, weil da ist wieder Konvoi und irgendwas anderes geplant. Wo bin ich auch wieder dabei? Ne, nicht, nein. Hast du Harald gefragt? Was, 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 was? Ja, aktuell, nein. Hast du Harald gefragt? Nö. Ne. Ich habe gedacht, er lädt mich ein. Also er lädt die Leute ein, die dabei sein sollen. Ich habe es jetzt erstmal nur eine Info bekommen. Wer soll ich wissen, wann der Stream sein soll? Ne, okay, Stream, hoffen, aber nochmal. Ach so. Äh. So. Warte mal, Feld 20? Feld 20, alter. Weißt du, wo das ist? Ist da unten, ne, den ganzen Riesen, ich weiß. Scheiße. Na gut, da haben wir eine längere Fahrt vor uns, da können wir uns noch ein bisschen unterhalten, meine lieben Freunde. So. Boah, jetzt wird hier mein Chat zu gespammt, ey, wer welches Bier trinkt. Moin, moin. So, gleich, Moment mal kurz. Das Bier, ja, das gibt natürlich auch. Humor, Jay Simpson, yeah. Äh, hat es wurscht, das würden wir ja gerne machen, ohne Frage. Das Problem ist, wir haben die Zeit einfach nicht. Also öfter jetzt einfach mal eine LS-Film zu machen. Das ist einfach, Tino schafft's, äh, von Projektanzahl, wenn Dings halt nicht mehr her, ich schaff's halt mal gemeint von der Projektanzahl, was ja her, sie ist von der Projektanzahl. Ja, man weiß, sowieso bloß dann abends oder mal nachts, aber jetzt so, da jetzt in der Woche zweimal einen Stream zu machen, ist dann doch schon ein bisschen zu heavy. Ja, ich freu' mich sehr auf, äh, Alice 2015. Hallo, der Niklas. Äh, wenn wir WOT spielen, weiß ich noch nicht so genau. Das aktuell so im Netzwerk, so ein Community-Event eigentlich geplant, aber wenn das losgeht, keine Ahnung, muss man warten, aber ich warte auf das Community-Event, dann kann man auch auf WOT spielen. Was ist WOT? WOT of Tanks. Richtig. Gold. Das Weltmeisterbier, ne? Goldochsen, oh Gott, was es alles gibt. Na gut, die Deutschen sind ja dafür bekannt, dass sie wahrscheinlich die meisten Biersorten überhaupt auf der Welt haben. Also ich glaube, mehr Biersorten wie bei den Deutschen gibt's nur bei den Tschechen. Aber genau. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, ich glaube, die Deutschen haben schon so, aber ich überlege gerade, was ich hier zuerst trinke. Ich habe hier, ey, voll viele Getränke stehen. Wasser, Cola, Tee, alles. Ja, den Tee würde ich trinken, weil wenn der kalt würde, sollen genießt werden. Ist ja gar nicht, ist ja Blödsinn. Man kann auch kalten Tee trinken, aber ich trinke ihn trotzdem. Ja, der See, Ten Ways, äh, ist noch in Planung. Soll auf jeden Fall noch kommen. Was sagst du? Ne, ich soll ja jemanden grüßen, den ich nicht kenne. Ein Minecraft-Wism-Stream-Good-Gaming, äh, könnte man machen, darf man aber nicht. Das ist nur ein Aufnahmeprojekt. Aber ich würde übelst gerne streamen, ganz einfach aus dem Grund. Ich würde da ein schönes Ankündigungsvideo machen und jeden beten, online zu sein und den Stream zu schauen, der mir bei dem Mod-Pack helfen kann. Und dann würden wir uns da gemeinsam durchkämpfen. Aber naja, irgendwie kriegt man das schon hin. Nein, man kann ja nicht alles wissen, aber alles lernen. Wissen ist wissen, wo es steht. So, das würde ich noch mal so loswerden. Ich denke mal schon, Marvin, ja. So. Der Muschtrex, warum nicht machen. Morgen, Morgen. Dankeschön. Holzen. Wir sind gleich angekommen bei Fett 20 und ich muss gerade rülpsen vom Tee, ist ja unglaublich. Tee mit Kohlensäure ist ja schlecht. Na, Gerd schon. Schau, warum ich nicht mit G27 fahre, weil ich so eine wunderschöne, dass da du habe. So, ach so, ja, naja, gut, komm hier, Leute. Wartet. Ich sag mal kurz hier. Zack. Duh, 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 duh. Duh, 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 duh. Uuuuh. 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 Was heißt dir, Gott sei Dank, siehst du es nicht? Da könnte ich mich nicht mehr aufs Magen konzentrieren. So. Mein Döner und das Bier, ne, nicht vergessen, Leute. La, la, la. Und Laura, wir sprechen da noch privat. Hallo. Die Aufnahme Season Mike ist am Montag mit Rob. Hallo, das Pferdchen. 34. Denk mal, fünf Folgen, sieben Folgen, irgendwas wir auch mal hinkriegen. Ja, von Rob kann ich wirklich noch was lernen, der wird mir auch einiges beibringen. Ja. Es gibt auch mal Leute, die sind besser und dann kann man auch immer einen guten Ratschlag annehmen, ne? Man muss da nicht immer gleich so beleidigen werden. So, du bist schlecht und sowas. Machen nämlich auch manche. Bei dir ist es ja gang und gäbe, ne, kann ich ja nichts dafür. Warum? Weil es so ist. Aha. Also in CSGO stehst du immer unter mir. Weil er jetzt mal drei Menschen mit mir aktiv gespielt hat und dann mal... Ja, ja, waren nur drei, stimmt. Ja. Also ein bisschen, ein bisschen was noch verkehrt im Bild. Ich mache immer Screens davon, wie die Endscreens. Seht ihr nicht? Haha, Laura! Du warst das Luder! Weißt du, was sie geschrieben hat? Wieso wird es mir auf einmal so heiß, wenn ich dich so sehe? Keine Ahnung, mir wird auch immer heiß, wenn ich mich so sehe. Vor allem Naksch, so einen gefließten Bart mit einem Scheißausseinandergrund. Was, Uwe, du spielst immer noch Banished? Das ist krass. Nein, ich bin privat leider kein Banished mehr, war aber ein super cooles Spiel gewesen. Aber wie gesagt, Privatspiel ist leider nicht mehr, ist das Schnelltwerk noch drauf? Ja. Ne, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Einwohnern ich damals war, aber 500 ist gut, ey. 500 ist sehr gut, hast du gut gemacht. Ich wollte ja mal 1000 schaffen, aber naja. Hahaha. Hahaha. Okay. Schön. Das heißt, du den Chat bespaßen, ich hoffe, das ist ernst gemeint, Laura. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, und wir mähen. Wir machen seit langem wieder was Produktives. Sehr schön. Soll ich dich nochmal wegen CSQ beleidigen oder reicht das auch mal, Laura? Du kannst mich gerne den ganzen Tag wegen sämtlichen Sachen beleidigen. Das ist schön. Ja, geh ich mir auch. Ja, mach, was willst du noch sagen? Ja, irgendwie auch nichts. Hey, Panjo. Was heißt dir ein Stream, warum weiß ich nichts davon? Ich habe ein Ankündigungsvideo gemacht. In der Trouppletown-Gruppe wird es angekündigt und in der Max-Sachsen-Steam-Gruppe wird es angekündigt. Also, ne, Panjo, mein Freundchen. Da musst du schon mal die Ocken aufmachen hier. So, ja, was willst du sagen, René? Nö, ich war schon fertig aber gesagt, ein CSQ braucht ja nichts mehr dazu sagen. Warum? Du hast aber gefragt, ob du mich in CSQ weiter beleidigen sollst. Ja, ne, wenn sich mal wieder was da rummer gibt. Aktuell spielen wir ja nicht CSQ, da gibt es ja auch nichts. So, dann beenden wir jetzt in Stream und spielen CSQ. Also nicht in Stream, sondern dann beenden wir jetzt LS und spielen CSQ. Ja gut, da kann ich nicht, wenn wir in jedem Team sind, kann ich dich auch nicht beleidigen. Ne, aber wir können ja ein gegnerisches Team sein. Wir machen One-of-One. Das Problem ist bloß, dass sowas trifft erst ab einer gewissen Zeit ein, hast du ja gestern genauso gesagt. Was? Wenn ich mich auch frage. Ja, das wird schneller gehen, wenn wir ein One-of-One machen. Ich glaube, wir weniger. Doch. Ich erinnere dich gerne, du hast mit CSQ angefangen. Ja, ist richtig. Und ich stehe immer über dir. Ja, im Traum. Ich weiß nicht, was wir da für Vorstellungen hast. Was denn? Wie jetzt Vorstellungen im Traum? Ich weiß nicht, welche Stats du noch in Erinnerung hast. Ich habe andere. Was ist denn? Stats. Ich weiß nicht, was du für Stats in Erinnerung hast. Was denn für Stats? Stats, also Stats, kennst du das, KD? So sind sie viel abgeschossen, so sind sie viermal gestorben. Mein Licht ist an. Ich weiß nicht, welche Stats du noch in CSQ in Erinnerung hast. Wenn man natürlich gegen Nova Schießmestod oder gegen Kapitän Schießmestod spielt, ist doch klar, das ist dann mehrmals verrext. Ja, nein, ich meine doch jetzt in der Liste. Du hast doch immer die fünf Leute, wenn du Tab drückst, dann steht da, wer der Beste ist und wer der Schlechteste. Aha. Da hast du gestern mal in den drei Spielen, warst du mal über, also durch dich. Ah, auf den Segen. Ja, leider habe ich mich vergessen zu rasieren heute. Eine Frage. Ja, nee, nicht eine Frage, und zwar eine kurze Info. Ich müsste abgetankt werden, Randy. Das ist doch schön. Kommst du, oder? Ich bin doch so schlecht. Wie schlecht werden das gesagt? Gut. In CSQ? Ja. In CSQ bist du auch schlecht. Ja. Du bist gut? Das habe ich nie behauptet. Ehrlich? Wann habe ich behauptet, dass ich gut bin? Ich habe gestern einmal erwähnt, ich werde besser. Ehrlich. Kommst du das jetzt abtanken, oder nicht? Boah, das überlege ich immer noch. Ja, ich muss das jetzt wissen. So vieles wissen. Äh, Laura, ja. Ist auch. Nee, ist auch nicht. Wann und Spaß. So, jetzt hat es bei Steam geklingelt, kann ich gerade nicht nachgucken. Tut mir leid. Ansonsten, ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ah, fuck, warte mal, ich würde noch irgendwas sagen. Wer hat mich denn jetzt hier angestürzt? So. Ich sehe nicht aus wie ein Taliban, was soll denn das jetzt? Hallo, geht's noch? Mit dem Bart siehst du es oder so aus wie ein Taliban. Nein, sexy Mann. Sexy Drama, Baby. Ich sehe absolut keinen Abtanker hier. Wo ist denn da jetzt? Wo treten er sich hier auf dein Netz rum? Ich bin unterwegs zu dir. Ach so, okay. Ja, welches Stofftier musste für den Bart sterben? Keins. Ich wäre gerade, ich glaube, ich wäre gerade zugespelt mit CSGO-Einladungen. Moment, ich muss mal ganz kurz schauen. Ja. Wollte ich mir Gedanken machen. Aha. Dein Abtanker kommt in die Übrigen. Julian the Gamer, hallo. Sollte ich im Stream mit ein Hallo erwähnen? Habe ich soeben getan. Also können wir das soeben machen. Ich kann mich auf der Übrigen anziehen. Und dann können wir es dann machen.